Hi Leute, Test, Test, könnt ihr mich hören? Leute, hallo? Ja, hi, ihr könnt mich hören, gut, äh, denn mein Mikrofon, da hab ich noch, äh, Probleme grad irgendwie, es gab nämlich neulich irgendein Problem und, ja, jetzt hab ich's wieder eingestellt, sehr schnell eigentlich, es war ganz einfach, ich hab aus, wir sind auf Mikro ausgeschaltet, und ja, genau, ähm, Ich zeig euch heute mal ein Top Secret in der Glass Bridge bei Rotes Licht, Grünes Licht, Roblox Squid Game von Slugfow, also dieser Slugfow Creator von dem Game, dieser Roblox, äh, Game Creator, der dieses Spiel macht, also das von Slugfow, das Spiel, genau, der hat's nämlich entwickelt, und ja, äh, da gibt's ein Top Secret in dem Minispiel Glass Bridge, und das zeig ich euch. Jetzt dann gleich, ich hab ja hier ein YouTube Video gemacht, und genau, dann lass einfach mal ein Like da, abonniert den Kanal, und dann geht's auch schon gleich los, Leute. Dieses Top Secret ist sehr, äh, sehr, sehr, äh, cool, und ja, Leute, hier, genau, jetzt kommt gleich hier, sie schreibt so, no, ich schreib so, go. Ja, und dann, wenn man hier mal so schaut, hier, Leute, seht ihr, das Glas leuchtet grün, es leuchtet einfach grün, dieses Glas hier. Und deswegen bin ich da auch draufgesprungen in diesem Video, weil's grün leuchtet. Guckt, ich spring jetzt drauf, weil ich gesehen hab, dass es da grün leuchtet. Und genau, deswegen ist es auch richtig gewesen. So, hier müsste es jetzt gleich nochmal, äh, grün leuchten irgendwo. Da, da hinten hat's grad grün geleuchtet, Leute, da an diesem Glas da. Ja, genau, hier, da hat's grad grün geleuchtet, ähm, ja, genau. Das heißt, Top Secret, da hat's schon wieder geleuchtet. Und deswegen kann man die auch so einfach acrossen. Da, da hat's grad wieder grün geleuchtet, deswegen, Leute. Hier hat's grün geleuchtet. Ich zeig's nochmal. Hier, genau an dieser Stelle, hier leuchtet's auch wieder grün. Und dann bin ich da halt draufgesprungen, weil ich gesehen hab, es hat grün geleuchtet. Und das ist halt dieses Top Secret. Und genau, Leute, so kriegt ihr auch die Abzeichen, das ich da gekriegt hab. Und ja, genau, Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich wollte euch sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hat mich sehr gefreut. Ciao.